Ni hau meine lieben Reichsverkäufer und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video Freunde es ist soweit wir sind bei den fast 2800 Wins angekommen ich würde sagen ist nicht schlecht auf jeden Fall Wir haben einige Brawler noch nicht gepusht beziehungsweise wir haben jetzt mit Sniper Leute der jetzt auch mit uns in der Lobby ist mit seinem Zweiter Account und mit Tags immer noch Leute Sniper hat auch YouTube Leute werde ich euch auf jeden Fall verlinken checkt gerne nach dem Video gerne seinen Kanal ab Link ist unten in der Beschreibung und ansonsten Freunde ganz wichtig lasst unbedingt einen Daumen nach oben da Lasst unbedingt ein Abo da falls ihr keine Videos verpassen wollt es gibt jeden Tag ein Video Jeden Tag ein Stream und wir werden heute wie gesagt die 2800 machen in Brawl Ball auch ganz entspannt 11 Wins Uncut wie ihr euch das immer wünscht Ansonsten schaut das Video unbedingt bis zum Ende an ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video und let's go So Freunde let's go Erste Runde So Freunde let's go Erste Runde Huh Äh Oh Backstream Bin ich Hallo Adapter Ah jetzt Äh hast du nicht gewusst dass du gemutet warst vorhin? Dec? Ne ich hab gar nichts gedacht Also du warst schon seit 5 Minuten gemutet um ehrlich zu sein Hab ich hab gedacht Du hast halt gelabert und so ne Hast du dich nicht gewundert dass wir die Antworten dann? Hab ich schon gedacht aber Ich hab ja mit ihm schon ein Video gemacht Ich weiß grad gar nicht was haben wir für ein Video gemacht? 100k Jaja aber haben wir da zusammengeschaut oder was haben wir da zusammengeschaut? Ne ne du hast mir zugeschaut Achso ja genau stimmt ich hab's da zugeschaut Der erste deutsche Spieler der fair 100k gemacht hat Leute Also das ist einer Na das ist einer Tomatist glaub ich ne aber der hat gewinntraded Der wurde ja auch gesperrt einen Monat für wintrading Aber das wisst ihr ja alle bereits Ja Zehn wins noch Sein weg Let's go Rückst du ready die ganze Zeit? Nein Achso wegen deiner Aufnahme Bei dir läuft alles? Aufnahme und so Ich schau nur immer kurz auf sein Profil Ich schau nur immer kurz auf sein Profil Ich schau nur immer kurz auf sein Profil Ah ja mach ich vielleicht nen Short selbst draus Machst du Youtube Short dann oder was? Oder Jackto Achso genau was ich noch sagen wollte Leute Ja Ihr wundert euch warum Swisser nicht spielt Ähm tatsächlich ähm Ist das jetzt das erste Mal Dass Swisser jetzt hier nicht spielt Das heißt ich hab jetzt 100 wins mehr Swiss hat alle seine Brawler schon auf 500 jetzt Und ich hab noch Ich hab 6 Brawler oder so die ich nicht auf 500 hatte Ähm Was der her? Äh genau Ich werd die Brawler Alle auf 500 machen Also den restlichen Die jetzt Swisser schon hat Weil ich zeug das mal hier Wir haben noch 4 Brawler nur noch 5 5 Brawler noch Die mach ich auch mit 100 Und dann ähm Ja Machen wir wieder mit Swisser weiter Auf ganz normalen Also werde ich wahrscheinlich Wie viel sind 5 Brawler? Ah Schon 2 Brawler sind's oder? Ne Äh Ein Brawler sind's wirklich um den Tee Ja Bisschen weniger So 36 Ja Das kann sein Ja Stimmt 37 Ja Ja Also sagen wir mal Bisschen mehr als 150 Grob Einfach 150 Ich hab Ich hab aber auch noch einen anderen Brawler vorher gepusht er stimmt aber noch auf 100 bis hin von 300 ja die reiziger oder mit gar keine lust habe das bonnie zu sparen selbst und der ich wollte auch in dennoch 100 das schon nicht mit bloß 13 dass ich mal wieder mit dem dach spiel hätte gleich spiel nie wieder mit dach und hängen wie findest du hängt selber kann man kann man löschen aber ich finde vor den bänden changes war er stimmt auch noch spielen aber er schafft aber der kleinbacher ist okay hallo das geht schnell ich muss sagen die games heute alle ist das ganz kurz mal hier die gehen alle wirklich sehr sehr schnell ihr seht das uns 30 40 sekunden aber wir spielen auch sehr low also ich bin unter 500 das ist dann normal wenn wir später über 500 spielen gehen natürlich die games länger beziehungsweise ihr habt ihr schon gesehen ich habe ja bis ich dieses video jetzt hier hochladen habe ich schon ein paar games von 500 auf 600 schon gespielt auch im video mit jonas und mit glaubt mit buch ja ich auch einst gedreht ja doch mal hier habe ich auch eins gedreht da waren wir auch über 500 ja ab alles auf 500 wird zwar so bis sieben monat sollte eigentlich alles easy klappen aber wollen was hoffen ja wenn ich kann ich meine teammates also ich möchte ja ich hätte ich lebe weil du mir hältst 1000 schutz noch du hast mir glaube ich jetzt über 1000 wins geholfen kann das sein also zu 1100 hier müsste noch mehr sein oder ich weiß nicht ich glaube 1600 1400 ich habe jetzt da die 1400 mehr genau 1400 mehr mohr hat glaube ich 100 geholfen sniper hat 100 geholfen jonas hat dann grob 40 30 so um die drehe 20 30 den rest müsst alles du überhören sonst habe ich keinen anderen mehr gespielt bestimmt ja ja schon krass ja schon echt unten was bedankt dass ich jetzt voll stark ja dann spiele ich auch noch mal dann ja also was heißt wahrscheinlich muss er auf 700 spielen aber ja fünf games freunde noch fünf games machen aber nicht mehr 2800 schluss wir machen noch mal fertig das ist doch das muss man noch machen dann sind wir fertig braucht ja ja leute und nehmann speichert das reicht nicht aus dass danach kurz aufgaben stoppen kein anker leute hast du nicht gekauft jetzt oder doch aber irgendwie nicht gekommen krass aber bei apple normalerweise geht immer sehr sehr geil freunde dann würde ich sagen wir machen einen kleinen cut und dann ja so freunde let's go er hat weiter platz freigewacht vier games noch dann haben wir die 2800 wir haben übrigens jetzt damit ihr wisst was wir heute haben wir haben den ersten dritten einen tag nach angelo geließe sie selber sind jetzt eigentlich wieder stabil ja ich bin echt gespannt wie hoch ich kann selber einfach eine zahl was du glaubst ohne ohne jetzt so nachgerechnet ohne zu rechnen ohne rechnen 4361 4.000 also text ja leute 4300 ich bin echt gespannt ja jetzt kurz vor den 3000 habe ich dann alle meine brother schon auf jeden fall 500 plus aber das sieht echt stark aus und du rennst da einfach rein mit einem jungen leben und du überforderst halt die gegner einfach also wir haben zu viele fehlen ich kann ja auch zum beispiel schnapp erzielen wenn ich würde ich nach links gehen ich kann einfach drücken das ist eine poko wollte ich sie ich kann ja nicht mehr sterben ich kann ja nicht mehr sterben ich kann ja nicht mehr sterben 5 roller unter 500 und ja nach diesem video wir werden danach die natürlich noch fertig machen nur noch vier einen muss ich mir noch aufgeben für swiss weil er an angelo noch fertig machen muss ich muss aber auch gestehen leute mit g lässt man sich hier eigentlich nur carry also maizie und dux sind schon jetzt hard carry ich gammel einfach nur hier rum aber ist ok ein bisschen spiel sehr gut so zwei games dann noch was ein game noch eingehen leute wie schnell ok let's go letztes game für die 2800 freunde wenn ihr noch kein like da gelassen hat lasst ein like da lasst unbedingt abo da und check wie gesagt snipers kanal ab den werde ich euch unten verlinken so letztes game last game 3 4 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 hast du dir und heute wir haben die 2800 und dann würde ich sagen das war es mit dem video das video ist was zu tun ist wir sehen uns spätestens im nächsten video ja